Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Heute haben wir mal wieder eine Spezialausgabe, die ein bisschen anders ist, als ich das sonst so machen würde. Es geht heute darum, um meinen Lieblingsdesktop bzw. meine Lieblingsdistribution. Wie ihr uns schwer erkennen könnt, steht dort Debian und TDE. Wenn ihr noch nicht wisst, was das Ganze soll und was man damit alles machen kann, guckt euch dieses Video an. Das Ganze ist eine Spezialausgabe, weil dieses Video Teil eines Videoprojektes ist. Von Michael Franken wurde das Ganze ins Leben gerufen. Besucht mal seinen Kanal, wo das rumzappelt. Und dort findet ihr auch von weiteren YouTubern oder Leute, die auf Peertube auch unterwegs sind, so wie ich. Die machen da denn jeder so ein Video dazu, welche Distribution und warum und was ist der Desktop. Was gefällt euch so als YouTubern, Peertubern dabei? Genau, guckt da einfach mal vorbei und schaut euch die anderen auch mal an. Bei mir geht es um TDE und Debian. Bevor ich da mich in Details verliere, weil einige von euch halt komplett neu sind, erzähle ich auch nochmal ein bisschen was über mich. Ich bin der Hauptentwickler vom Softwareverteilungssystem M23. Mit M23 könnt ihr komplette Rechner installieren. Ihr könnt damit Desktops ausrollen. Ihr könnt Programme installieren, deinstallieren, aktualisieren und vieles mehr. Daneben bin ich auch noch Organisator unserer Kilo Open Source und Linux Tage, die immer im September stattfinden. Daneben bin ich auch noch Dienstleister und mache eigentlich alles, was so mit Linux und Open Source zu tun hat. Natürlich auch gern mit M23. Ich entwickle Software in diversen Programmiersprachen. Ich administriere, ich mache Schulungen, ich biete Support, ich berate letztendlich alles, was irgendwie in den Linux und Open Source Bereich passt. Seit Anfang 2021 gibt es auf Linux Guides mit Jean und mir die Jean und Hauke Show, wo wir wöchentlich bis auf eine kleine Pause jetzt, die wir gehabt haben im Sommer, jede Woche halt irgendwie ein Thema uns vorgenommen haben aus dem Linux und Open Source Bereich. Wir haben mal ein Spiel gespielt, wir haben ja Distributionen uns angeguckt. Wir hatten auch aus der Community verschiedene Leute, die an den einzelnen Projekten mit beteiligt sind. Zum Beispiel LibreOffice war jemand dabei oder auch von den Chemnitzer Linux Tagen haben wir auch Interviews gemacht und so weiter und so fort. Guckt da auch mal vorbei. Und wer dieses Video seht, kennt ihr diesen Kanal jetzt ja auch schon. Den gibt es aber nicht nur bei YouTube, sondern eben auch bei Peertube. Und ich mache größere, kleinere Videos zu Dingen, mit denen ich mich sowohl beruflich als auch privat beschäftige. Also das meiste davon ist eben quasi so eine Art Zweitverwertung. Ich habe das sowieso gemacht und da denke ich mir, naja, könnte interessant sein, mache ich nochmal ein Video zu. Das ist erstmal so grob, was ich sonst so treibe. Dann so ein bisschen meine eigene Linux-Geschichte. Wenn ich jetzt mal zurück gucke, wann ich damit so angefangen habe, habe ich 1996 mein erstes Linux-Paket gekauft. Damals hieß die Firma noch SUSE in dieser Schreibweise. Ihr kennt vielleicht OpenSUSE oder die SUSE-Firma in anderer Schreibweise. Damit habe ich immer angefangen. Das war wirklich ein Paket. Da war ein dickes Handbuch drin, da waren drei CDs mit bei und das war halt 1996. Das ist schon ein bisschen länger her. Dann habe ich verschiedene KDE-Versionen, angefangen mit 0, 9 irgendwas, mal durchprobiert. Aktuell sind wir ja bei Version 5 irgendwas. In den Jahren von ungefähr 1997 bis 2001 habe ich dann auch verschiedene Distributionen mal ausprobiert. Da war ich quasi so ein Distributionshopper, Distrohopper, wie man das so nennt. Also ich habe eben SUSE hin und wieder mal probiert, habe da dann diese CDs, die es teilweise in Heften, Computerheften mal gab, die mal ausprobiert. Ja, dann hatte ich auch Mandrake, eine Distribution, die ja quasi in Mandriva und Open Mandriva aufgegangen ist. Und Caldera hatte ich eben auch als Paket so gekauft. Dann seit ca. 2002 bin ich quasi zu Debian gewechselt und ich bin letztendlich auch dabei geblieben. Die Version von 2002 hieß eben Version 3.0, Woody. Und das Schöne daran war, das Ganze war eben frei verfügbar. Bei SUSE, Mandrake und Caldera, das waren letztendlich kommerzielle Distributionen. Es gab auch immer so eine Art freie Variante, die irgendwie kleiner war oder auch nicht. Also bei Caldera gab es das halt nicht wirklich frei und von daher war Debian eben eine tolle Sache. Es war frei. Ich durfte es halt kopieren, weitergeben, auf beliebig vielen Systemen einsetzen, wie ich wollte. Debian hatte zudem einen sehr, sehr großen Paketumfang, der doch deutlich größer, auf jeden Fall der von Caldera und Mandrake war. Bei SUSE bin ich mir nicht sicher, aber es war sehr, sehr viel. Und das Tolle daran war, die Pakete konnte man aus dem Internet herunterladen und Systeme automatisch aktualisieren. Ganz einfach. Das war bei den anderen Distributionen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, bei Caldera ging das, glaube ich, gar nicht. Da hätte man die nächste Version auf CD kaufen müssen. Mandrake, vielleicht SUSE, weiß ich nicht, ob es so funktioniert hätte. Und das Schöne an Debian ist auch, Debian gibt es halt für verschiedene Rechnerarchitekturen. Ihr habt letztendlich immer dieselbe Distribution, ob ihr jetzt so ein kleines Gerät wie so ein Raspberry Pi habt oder eben wirklich einen riesigen Server. Das ist immer dasselbe Grundstock. Also ihr findet euch sofort dort auch zu Hause. Das ist auch das Schöne dabei. Dann 2009 bis 2011 gab es Debian 5, hieß Lenny, diese Variante. Und dort war letztmalig das KDE 3.5.9 dabei. KDE 3.5.9, das war die letzte offizielle Version, die vom KDE Projekt rauskam. Und mit dieser Variante war ich halt sehr zufrieden. Ab Debian 6 Squeeze, was 2011 herauskam, war dann KDE 4 mit dabei. Und von dem, was ich so darüber gelesen habe, dass es noch nicht richtig fertig war und so, ja, hatte ich schon mal eher ein schlechtes Gefühl dabei. Und von dem, was ich so an Screenshots und sonst was gesehen habe, war es eben auch nicht so das, was ich wollte. Aber ich habe mir damals zwei Wochen gegeben und habe das wirklich ausprobiert. Also ich habe Debian 6 installiert. Ich habe das KDE 4, was mit dabei war, wirklich versucht auszuprobieren. Und da versuchen für alle die Dinge, die ich halt vorher unter meinem KDE 3.5 gemacht habe, irgendwelche Workarounds zu finden, damit ich damit letztendlich zufrieden bin. Aber KDE 4 und ich, wir sind nie richtig miteinander warm geworden. Also wir haben uns dann auch relativ schnell wieder getrennt nach diesen zwei Wochen. Denn KDE 4 war einfach nicht das, was ich wollte. Also es verhielt sich an, dass ich hätte, ja, an einigen Stellen sehr viel rumkonfigurieren müssen, damit es sich wieder so verhält wie das KDE 3.5. Aber, naja, es hat nicht sollen sein. Das Schöne daran an Open Source und, ja, Linux letztendlich ist, es gibt keine Firma, die jetzt sagen könnte, so und so ist die Zielrichtung und, ja, schön, lieber Kunde, dass du Version 3 gekauft hast. 3 läuft jetzt aus, du musst jetzt 4 kaufen, sonst kriegst du nichts mehr. Das Tolle war eben, dass sich jemand gefunden hat und das Trinity Desktop Projekt gegründet hat und aus den Bestandteilen von diesem alten KDE 3.5.9 einen Fork gemacht hat, also diesen Quelltext genommen hat und darauf basierend eben dieses Trinity Desktop, was TDE heißt, entwickelt hat. Und diese TDE-Umgebung, die gibt es eben seit 2010 und sie wird jetzt immer und immer stetig weiterentwickelt. Also im Jahre 2021 gibt es immer noch ein aktuelles TDE, wo auch jeden Tag quasi noch was dran gemacht wird. Also das lebt insofern weiter fort. Und das benutze ich tagtäglich, eben den TDE Desktop. Dann gibt es auch noch einen Hörtipp dazu. Beim TuxFlash im September 2021 war ich auch zu Gast und dort habe ich auch noch ein bisschen was erzählt über meine persönliche Linux-Geschichte. Falls euch das interessiert, hört einfach mal bei diesem Podcast rein, da wo es so blinkt. Jetzt habe ich ja schon relativ viel erzählt von dem, wie ich zu TDE und Debian letztendlich komme. Jetzt mal ein bisschen was zum Angucken. Was jetzt noch relativ klein ist, ist dieser Anmelde-Bildschirm für mein TDE. Und ich habe da einen Testbenutzer. Das Ganze läuft in Debian 11. Und ich melde mich dort jetzt einmal an. Dieser Anmelde-Bildschirm, der ist relativ klein, aber dann wird die Auflösung größer, wenn es richtig gestartet hat. Ich werde als erstes begrüßt mit nützlichen Tipps, wie man Dinge machen kann. Guckt euch das vielleicht mal in Ruhe an, wenn euch das interessiert, wenn ihr TDE noch nicht kennt. Vieles davon ist heutzutage jetzt keine großartige Überraschung mehr. Es gibt zwar auch andere Desktops, wo Dinge komplett anders funktionieren, also wie Gnome oder so. Wenn ihr von da aus kommt, guckt euch die einfach nochmal ein bisschen durch, was da so drinnen steht. Wenn ihr von einem anderen KDE zum Beispiel kommt oder von Marte oder sonst was, werdet ihr nicht solche großen Überraschungen haben. Dann gibt es eben auch das TDE-Hilfszentrum. Dort stehen auch noch ein paar nützliche Dinge drin. Da könnt ihr Sachen nachschlagen. Ihr könnt natürlich auch im Internet nachgucken. Wenn ihr gerade offline sein solltet, dann könnt ihr hier Dinge nachgucken. Ja, so sieht es erstmal aus. Wenig spektakulär das Ganze. Das Ganze kommt einmal daher, dass es ja schon ein relativ alter Desktop ist, von der Basis und von der Ausrichtung her. Und damals waren die Ressourcen an RAM und CPU eben nicht so wie heute. Also das war viel, viel weniger. Und deswegen läuft es auch sehr, sehr flüssig, auch auf alter Hardware oder auf Raspberry Pi. Dafür gibt es auch eine Variante. Da erzähle ich am Ende nochmal ein bisschen was drüber. Der TDE-Desktop ist relativ klassisch aufgebaut. Also ihr habt links unten das TDE-Menü. Wenn ihr dort draufklickt, habt ihr in verschiedene Kategorie einsortiert, verschiedene Programme. Diese Programme müssen nicht unbedingt für TDE sein. Die können auch für andere Desktop-Umgebungen geschrieben sein. Also für Gnomen, KDE, 5 irgendwas. Oder eben auch Anwendungen, die nun nicht direkt zu einem Desktop gehören. Sowas wie Gimp oder so. Das wird alles hier durch Debian letztendlich einsortiert. Je nachdem, was ihr auf eurem Debian installiert, habt ihr mehr oder weniger Einträge in diesen Menüs drin. Wenn ihr jetzt das Hintergrundbild ändern wollt, weil, ja, blau ist vielleicht nicht jedermanns Sache, Rechtsklick und Arbeitsfläche einrichten wählen. Ja, man kann jetzt sagen, dass man vielleicht einen senkrechten Verlauf haben möchte, aus hier zwei Farben. Oder man kann natürlich auch ein Bild auswählen. Und wie man an diesem, ja, eher etwas gruseligen Hintergrund, ich wende das einmal kurz an, ja, es muss man mögen. Teile von diesen Hintergrundbildern sind eben relativ klein. Also das Bild alleine würde jetzt bloß so viel ausmachen, aber man kann das Ganze jetzt quasi kacheln und wiederholen lassen. Hat den Hintergrund wiederum. Speicher war damals, als TDE rauskam, oder vielmehr das KDE 3.5 rauskam, war, ja, relativ teuer und halt nicht so vorhanden wie heutzutage. Also hat man an allen Stellen versucht, Speicher zu sparen. Eben auch beim Hintergrundbild, nimmt man ein kleines Hintergrundbild und kachelt das. Aber es gibt natürlich auch andere, wo man, ja, oder man kann hier eben auch sagen, einmal hochskalieren. Oder es gibt auch, ja, auch mehr oder weniger schönere Bilder. Da passt das denn halt auch komplett drauf, das Bild. Ja. Hm. Keine Ahnung, ob das jetzt schön ist. Aber ist auch erstmal egal. Gut. Ähm. Ihr wisst jetzt schon mal, wie ihr Dinge starten könnt und auch, wie ihr das Hintergrundbild ändert. Bei dem, was ich mir jetzt so rausgepickt habe, habe ich halt mich selbst so ein bisschen beobachtet. Was benutze ich von den TDE-Einstellungen und auch Programmen, die mitgeliefert werden und was eben auch nicht. Also ich benutze wahrscheinlich 10% von dem ganzen Funktionsumfang, was so mitgeliefert wird. Einiges eben überhaupt nicht. Und ich stelle euch mal so ein paar Dinge vor, die ich halt wirklich benutze. Praktisch finde ich dieses Kalam, K-Alarm, also die haben das nicht mehr umbenannt, also nicht T-Alarm und was weiß ich. Also vielfach ist eben auch noch das K in dem Namen von einzelnen Programmen mit drin. Also nicht wundern, das ist so wie es soll. Das kommt von damals noch. Dieses K-Alarm, das ist eine praktische Sache, um Aufgaben zu bestimmten Zeiten durchzuführen, also Automatisierung zu betreiben. So, wenn ich jetzt Kalam haben möchte, gehe ich wiederum in das Menü hier rein und kann hier oben auch, ich weiß jetzt nicht, oder ich weiß es jetzt eigentlich schon, aber ich tue mal so, als ob ich es nicht wüsste. Ich möchte jetzt Kalare. Und dann werden die einzelnen Kategorien ausgegraut, in denen sich Kalam halt nicht befindet. Und dort weiß ich jetzt, aha, Büroprogramme, persönliche Terminerinnerung, Kalam. Dann habe ich hier so ein Fenster, wo ich neue Aufträge vergeben kann. Wenn ich jetzt hier draufgehe, sage ich neu und dann kann ich einmal sagen, was möchte ich damit machen. Ich kann einmal sagen hier, ich möchte irgendwie einen Text ausgeben lassen zu einer bestimmten Uhrzeit, zu einer bestimmten Uhrzeit, an einem bestimmten Datum. Ich kann aber auch Wiederholungen damit programmieren. Ich kann sagen, ja, beim Anmelden oder stündlich, minütlich, täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich. Dann kann ich hier auch einen Befehl angeben, der halt immer zu diesem Zeitpunkt ausgeführt wird. Und das benutze ich zum Beispiel für automatisierte Backups oder Backup-Erinnerungen. Also ich mache quasi zweimal am Tag so ein Backup und dann geht bei mir so ein kleines Fensterchen auf, so ein Terminal-Fenster und dann habe ich da so eine kleine Frage, sollen wir das Backup jetzt machen? Und wenn ich zu dem Zeitpunkt nichts Wichtiges tue, dann sage ich, jo, Enter, machen und dann läuft dieses Backup durch. Und da ich das so automatisiert habe, durch Kalam, kann ich das auch nicht mehr vergessen. Also ich bekomme jetzt jeden Tag zweimal dieses Fensterchen präsentiert und kann dann entscheiden, ob ich das Backup jetzt machen will oder das Fenster bleibt halt offen und dann mache ich es halt in fünf Minuten. Dafür ist es eine tolle Sache. Was anderes praktisch ist, um Tätigkeiten zu protokollieren, wie lange was gedauert hat, falls ihr irgendwie Rechnungen schreiben müsst, ist das eine tolle Sache. Das heißt, Karm. Wenn ich das jetzt hier einmal eingebe, dann gibt es halt keinen Treffer für. Ist allerdings kein Problem. Ich wähle hier oben das Terminal-Programm aus. Das ist eine Konsole und mit SU und Minus hole ich mir Root-Rechte. Ich brauche noch mein Passwort dafür. Und jetzt kann ich sagen, apt-get install karm-trinity. Die Pakete für TDE-trinity haben immer dieses Minus-trinity hinten dran. Ansonsten könnte ich vielleicht das KDE-Paket erwischen, was im standardmäßigen Debian mit dabei ist. Und das will ich ja nicht. So, jetzt wird das Paket aus dem Internet runtergeladen von einem Server und schnell installiert. Das war es auch schon. Das ist eben das Schöne an dem Debian. Ich habe einen riesigen Paketumfang. Ich kann alles nachinstallieren, was ich möchte, auf beliebig vielen Maschinen, so wie ich das gerne haben möchte. Und, ja, gibt es zwar auch bei anderen Distributionen, aber bei Debian hat das sehr früh schon funktioniert. Das hat mich damals einfach, wow. Das geht, ja, es geht. Und es ging damals eben auch schon sehr, sehr gut. Und da hatten einige Distributionen damals eben noch Probleme und sehr viel Nachholbedarf. So, jetzt habe ich auch meinen Karm. Das sieht jetzt wieder so ein bisschen ähnlich aus. Ich kann mir jetzt hier einen neuen Aufgabennamen erstellen. Wenn ich jetzt mache hier TDE vorführen und dann mache ich hier so eine neue Kategorie und dann kann ich hier diese Uhr laufen lassen. Da rotiert das eben. Ich kann dabei aber auch sagen, ich möchte eine neue Teilaufgabe machen. Jetzt kann ich sagen, Karm als Teilaufgabe. Dann habe ich das da drunter. Und ich kann auch diese einzelnen Punkte noch bearbeiten. Wenn ich jetzt vergessen haben sollte, ich mache das jetzt schon fünf Minuten und ich habe vergessen, auf diesen Knopf hier zu drücken, dann kann ich auch hier fünf Minuten nachtragen. und in der Gesamtsumme von all meinen Unterpunkten und dieser Hauptsitzung steht denn da die Gesamtsumme, wie lange das gedauert hat. So kann ich halt nach einzelnen Kunden oder so pro Monat oder verschiedene Tätigkeiten das aufdröseln. Dann kann ich sagen, naja gut, ich habe jetzt hier für Administration fünf Stunden gebraucht, für Beratung drei Stunden und was weiß ich. Und dann rechnet mir das, kam das auch sofort auf und ich kann das hier mitlaufen lassen und stoppe das dann, wenn ich was anderes tue, wenn ich eine andere Kategorie noch habe, die ich benutzen möchte, hüpfe ich da mit meinem Ausfallbalken nach unten, nach oben, wo auch immer und habe das dann nachher sauber getrennt. Dann kann ich genau sagen, ich habe so und so viele Minuten jetzt an dem Punkt gebraucht und so viel an dem. Und in diesem Monat war es jetzt so viel. Praktische Sachen. Dann, was anderes Praktisches sind diese Haftnotizen. Die heißen hier K-Notes. Die gibt es dort. Die sehen dann so aus und die tauchen dann auch hier unten auf. Da kann ich sowas reinschreiben. Dann kann ich die auch hier auf meinem Bildschirm ablegen. Ich kann die größer kleiner machen. Wenn ich jetzt mit der Maus rechts klicke, oben auf diese Zeile, kann ich auch sagen, über den anderen halten. Also wenn ich jetzt andere Fenster hätte, dann sind die immer da drunter. Praktisch, wenn man mal was hin und her kopieren möchte oder so. Und ich kann das Ganze auch umbenennen. Und wenn ich das wieder zumache, also oben rechts ist Schließen, dann habe ich hier auch so eine Liste mit verschiedenen Haftnotizen. Wenn ich mehr als eine hätte, wenn ich jetzt nochmal neue mache, so mache ich den einmal zu und den wieder zu und wieder links dieses Mal draufklicken, dann habe ich da so eine Liste mit meinen verschiedenen Haftnotizen. Finde ich auch praktisch. Dann, was habe ich noch? Dann wollte ich euch noch den Clipper zeigen. Clipper ist eine Zwischenablage. und merkt sich die letzten Eingaben, die ihr gemacht habt. Normalerweise habt ihr ja bloß so eine Zwischenablage. Und wenn ihr was Neues reinschiebt, dann geht das davor eben verloren. Clipper merkt sich jetzt mehrere von den Einträgen, die ihr gemacht habt. Und wenn ich jetzt mir einfach mal so ein Terminal hole und hier sage, naja, ich möchte diesen Eintrag hier haben, dann klicke ich den an, linke Maustaste, und dann kann ich sagen, mit hier Umstelltaste und einfügen. Und dann habe ich das. Wenn ich jetzt mir was anderes aussuche, hier diese 16 Doppelpunkt, dann wird die globale Zwischenablage quasi ausgewechselt und mit Shift einfügen habe ich jetzt 16 Doppelpunkt. Und so kann ich verschiedene Dinge mir da drin abspeichern. Die gehen auch nach dem Neustart verloren. Also das ist nicht für die Ewigkeit, aber ich habe so, ich denke mal 10 Stück, mit denen ich denn da hin und her jonglieren kann. Ich kann das Ganze natürlich auch noch einrichten. Ich kann auch sagen, wie viele Einträge ich haben möchte. 10 war etwas optimistisch, standardmäßig sind es 7. Aber ich kann es auch auf 2048 hochdrehen. Ist vielleicht ein bisschen viel. Also mit den 7 bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren. Oder halt 10, haben wir eine Rundezahl. Man kann auch hier verschiedene Varianten noch auswählen, ob Aktionen durchgeführt werden sollen. Wenn das, was man in die Zwischenablage kopiert, nach einem Schema ist, dann können zum Beispiel Aktionen ausgeführt werden. Wenn das ein JPEG ist hier zum Beispiel, dann wird das Ganze mit CarView angezeigt. Oder wenn ich da eine URL habe, wird die erstmal mit so einem Programm hier von TDE aufgerufen. Du bist wahrscheinlich denn standardmäßig der Conqueror. Das ist ja ein Webbrowser. Würde ich heutzutage nicht mehr empfehlen. Der kann nicht mehr viel an den heutigen Standards gemessen. Also da eher Finger weg. Oder sowas wie CarMail. So ein Mail-Programm würde ich heute auch nicht mehr unbedingt benutzen. Aber da kann man eben solche Sachen auch automatisieren. Also da könnte ich machen, immer wenn ich eine URL kopiere, wird mir die automatisch damit geöffnet. Und dann habe ich hier noch Kurzbefehle. Da kann ich noch eigene Tastencodes mir ausdenken. Ich wähle mir halt was aus und klicke dann dorthin und drücke dann die Tasten, die ich dafür haben möchte. Aber das möchte ich da nicht. So. Und nochmal wieder dazu. Zu diesen Aktionen aktivieren. Damit würden diese Aktionen auch wirklich durchgeführt werden. Wenn ich was in die Zwischenablage kopiere, ist standardmäßig erstmal aus. Kann man aktivieren. Ich benutze es nicht. Ja, aber es gibt viele Optionen, die man unter TDE benutzen kann. Und ich finde, die Voreinstellungen machen für viele Umgebungen einfach Sinn, wie sie sind. Ansonsten kann man es an vielen Stellen eben auch so anpassen, wie man es gerne haben möchte. Das ist das Schöne dabei. Eine andere Sache, die ich ganz praktisch finde, da ich viel mit Texten und Quelltexten umgehe, gibt es ein Miniprogramm. Das ist der CAD-Schnellöffner. Wenn ich hier jetzt draufklicke mit der rechten Maustaste, Miniprogramm hinzufügen, das Ganze einmal groß machen, dann gibt es hier CAD-Sitzungsmenü. Dann kann ich mir hier ganz schnell ein CAD holen. Ich kann einmal sagen, ich möchte eine vorhandene CAD-Sitzung öffnen. Das ist, ja, CAD ist letztendlich ein Texteditor, der auch sehr viele Funktionen hat, die ich gerne benutze. und ich kann jetzt sagen, eine neue, anonyme Sitzung. Dann wird mir diese Sitzung hinterher auch nicht gespeichert. Aber ich kann jetzt auch sagen, hier Sitzung speichern, TDE-Test. Und dann könnte ich mir hier verschiedene Dateien öffnen. Dann mache ich das Ganze wieder zu. Und dann kann ich hier wiederum links draufklicken. Und dann muss ich manchmal auch hier Reload Session List machen. Und dann habe ich hier meine TDE-Test-Sitzung. Und dann hätte ich wieder genau die Sitzung, die ich halt vorher habe. So kann ich mir verschiedene Profile Sitzungen anlegen und habe die hier mit einem, ja, mit einem, zwei Mausklicks auch geöffnet. Ich kann auch, wenn ich das Ganze nicht abspeichern möchte, jedes Mal sagen hier, New Anonymous, Anonymous. New Anonymous Session. Dann wird diese Sitzung halt nicht gespeichert. Oder wenn ich jetzt hier sage, New CAD Session, dann muss ich gleich am Anfang einen Namen eingeben. So zum Beispiel. Und dann hat das Ganze schon mal hier den Namen meiner Sitzung. Und das Ganze ist quasi auch schon als Sitzung vermerkt. So. Und wenn ich jetzt nochmal wieder draufgehe, habe ich hier auch noch K2 als Sitzung. Oder mein voriges TDE-Test. Dann habe ich noch weitere kleine Helfer. Einmal das Organizer Erinnerungsmodul. Das ist standardmäßig schon aktiv. Der Organizer ist letztendlich ein, ja, Terminplaner. Und wenn ich mir jetzt hier irgendwas eintrage, da kann ich mit einem Doppelklick an so einen Platz hier gehen. Und ich kann auch die Zeit ändern in 15 Minuten Schritten. Und ich kann auch sagen hier erinnern. Wenn ich jetzt hier Termin, einen wichtigen Termin habe ich dann. Und ich möchte halt erinnert werden, 15 Minuten vorher. Ich kann aber auch sagen Stunden oder Tage. Und dann bekomme ich automatisch, wenn ich mich bei TDE angemeldet habe zum Beispiel, oder wenn diese Zeit gerade rum ist, dann bekomme ich ein Fenster, wo dann steht, ja, anstehende Termine kommt jetzt gleich. Und das finde ich auch halt sehr praktisch. Jetzt habe ich hier meinen wichtigen Termin drin. Ich kann aber auch die Ansicht ändern, sodass ich hier sage, meine ganze Arbeitswoche. Oder ich kann hier auch weitergehen. Dann habe ich den ganzen Monat. Dann habe ich da halt so eine Übersicht, was an diesem Tag passiert. Und ich kann auch verschiedene Kategorien machen. Ich kann so eine Geburtstagsliste machen. Wer hat wann Geburtstag? Und lasse mich jeweils drei Tage vorher oder so denn nochmal daran erinnern, dass es denn demnächst wieder jemanden gibt mit Geburtstag. Ja, und da kann ich noch verschiedene Sachen machen für Arbeit, für Hobby, was weiß ich alles. Wenn ihr jetzt gerne Tee trinkt, dann gibt es dafür eine Anwendung, die ist nur für Tee, jedenfalls vom Namen her, heißt KT Time. Das ist der Teekocher. Der ist schon, wenn ihr links drauf klickt, gibt es schon verschiedene Tees, die standardmäßig mitgeliefert werden. So ein schwarzer Tee hat zum Beispiel drei Minuten Ziehzeit, so ein Earl Grey schon fünf und so ein Früchtetee acht Minuten. Ihr könnt allerdings auch noch andere Sachen damit eintragen. Unbekannter Tee, wenn ich jetzt hier so eine Pizza habe, die dauert vielleicht 25 Minuten und dann kann ich hier einmalig halt 25 Minuten laufen lassen. Ich kann auch wieder mit links draufklicken und Stopp, das Ganze stoppen. Und wenn ich jetzt rechts draufklicke, kann ich auch mit Einrichten mir zusätzliche Teesorten, was weiß ich hier, grüner Tee, da hat vielleicht denn bloß zwei Minuten und dann kann ich das Ganze einmal anklicken hier auf diesen Teebecher, mir den Tee aussuchen und dann läuft diese Zeit ab und wenn es soweit ist, dann gibt es so ein kleines Fensterchen. So, das möchte ich jetzt gerade nicht. Der Tee ist schon fertig, der steht hier rum. Dann noch eine andere Sache, die auch praktisch ist, wenn ihr Mails verschlüsselt und mit GPG-Schlüsseln zu tun habt, gibt es dafür auch so ein kleines Mini-Programm. Das ist KGPG. Genau, ich habe das hier auf dieser virtuellen Maschine, die ich jetzt gerade zum Präsentieren benutze, noch nicht verwendet. Also, lasse ich einmal Einstellungen erzeugen. Dann lege mir das Ganze auch noch einen GPG-Schlüssel an. Ich kann mir dann auch noch aussuchen, was für eine Schlüssellänge ich haben möchte, mit welchem Verschlüsselungsalgorithmus das Ganze funktionieren sollte und kann mir jetzt ein neues Schlüsselpaar generieren. Und wenn ich jetzt von anderen Leuten die öffentlichen Schlüssel habe, kann ich die hier drin importieren und dann kann ich gucken, wann laufen die ab, von wem ist das ausgestellt, wie ist der Fingerabdruck und so weiter. Ist auch nur eine feine Sache. Nach den kleinen Helfern haben wir jetzt auch noch quasi ausgewachsene Anwendungen. CATE, diesen Texteditor, den habe ich ja schon mal kurz gezeigt. Damit kann man halt sehr viel noch einstellen, was ich halt wirklich benutze. Ich schreibe sehr viel Quelltext in PHP oder Bash. Das Ganze kann allerdings auch C, C++ und viele andere Programmiersprachen auch. So, gucken wir uns das Ganze jetzt noch mal richtig an. Also ich mache mir hier wieder eine neue Sitzung. Dieses Mal, ach, ich öffne diese CATE, CATE 2 Sitzung. Wenn ich jetzt hier einen Standard PHP mache, kurz und ohne großartig irgendwelche Spezialitäten, Echo, Test, das Ganze einmal abspeichere. Mit SCG und S kann ich das einfach immer wieder speichern. Dann hat CATE auch gleich herausgefunden, aha, das wird höchstwahrscheinlich ein PHP sein. Dann machen wir doch auch schon mal die farbliche Hervorhebung für PHP-Quelltexte. Also dann sind solche Teile, die eben Bereiche quasi vorgeben, schwarz, Befehle sind blau und Texte sind dann halt rot. Und da gibt es dann noch andere, ja, Variablen. Ist ein anderes blau. Genau. Also sowas macht CATE von sich aus schon. Jetzt möchte ich auch noch, dass mein Quelltext automatisch eingerichtet wird. Ich möchte, dass nachdem ich hier die Enter-Taste gerückt habe, dass ich nicht wieder am Anfang lande, sondern hier eingerückt, da starte. Das kann ich einmal ändern, indem ich sage hier, Einstellungen, CATE einrichten und einmal groß machen und der Editor Einrückung und dann kann ich hier sagen, Einrückungsmodus auf Normal setzen. Dann wird automatisch eingerückt, je nach Programmiersprache, wie es quasi vorgegeben ist in diesem Profil, was dahinter liegt ist und dann brauche ich mir da keinen großartigen Kopf mehr drum zu machen. Jetzt sage ich hier einmal Anwenden und OK. So, wenn ich das jetzt einmal so mache, wie ich eigentlich denke, drücke ich hier Enter, lande ich wiederum dort. Das hat den Hintergrund, dass jetzt meine Quelltextdatei schon in CATE geöffnet war und einen anderen Einrückungsmodus hat. Wenn ich jetzt unter Extras, Einrückung gucke, dann steht hier noch keins und wenn ich jetzt auf Normal gehe, wiederum ans Ende der Zeile und Enter drücke, lande ich dort, wo ich eigentlich hin wollte. Also das eine sind quasi die globalen Einstellungen, aber ich kann jetzt für jede einzelne Datei, die ich in CATE öffne, hinterlegen, wie das eingerückt werden soll. Also ich kann von diesem Schema abweichen. Ich kann allerdings hier auch sagen, dass ich verschiedene Codierungen für die Zeichen haben möchte. Ich habe wahrscheinlich häufig einen UTF-8 da, aber wenn ich jetzt was anderes habe, was hier lange Zeit halt Standard war, so ein ISO, dann kann ich das eben auch nehmen. Ich kann auch hier verschiedene Hervorhebungstypen auswählen. Wenn jetzt diese automatische Erkennung von CATE nicht funktioniert hat, dann kann ich hier jetzt sagen, das Ganze ist jetzt kein PHP-Skript und kann ich sagen, es soll Perl sein, stimmt zwar nicht, aber ich könnte es halt überschreiben und dementsprechend wäre dann halt auch diese Hervorhebung von diesen einzelnen Bestandteilen in meinem Quelltext anders. Das ist jetzt so ein bisschen so, was man mit CATE machen kann, was ich damit verwende. Ich habe immer relativ viele Dateien hier offen. Keine Ahnung, wie viel mögen das sein, 200 Stück oder so und dann kann ich da hin und her springen, kann meine Änderungen am Quelltext machen, kann das dann speichern und diese ganz normalen Funktionen, die so ein Texteditor mit drin hat, gibt es bei CATE eben auch. Ich kann hier Dinge ausschneiden, kopieren, einfügen. Ich kann auch diesen Blockauswahlmodus verwenden, das ist manchmal ganz praktisch. Da kann ich jetzt so auswählen. Also ich wähle so ein Rechteck aus, denn normalerweise, wenn ich den jetzt ausmache, wähle ich ja immer innerhalb einer Zeile oder wenn ich jetzt in die nächste Zeile gehe, dann wähle ich halt so aus. Ist manchmal auch praktisch. Also in CATE schlummern sehr viele Funktionen, die wirklich praktisch sind, die auch teilweise für Spezialfälle gedacht sind, aber man findet relativ häufig was, was da drin ist und das Ganze ist eben schnell und kompakt. Also von daher nehme ich CATE immer noch wieder sehr gern, also quasi tagtäglich für meine Texte und Quelltexte. Das möchte ich jetzt nicht speichern. Dann das nächste geht auch in die Richtung Text, hat aber einen anderen Fokus. Das ist Kyle. Kyle ist eine grafische Oberfläche für Tech. Tech ist ein Textsatzsystem. Wird sehr gerne genutzt für wissenschaftliche Arbeiten, wie man hier schon so sieht. Mit Formeln kann man da eine Menge machen. Viele mathematische Arbeiten verwenden halt Tech, weil man da sehr gut mathematische Formeln machen kann. Oder eben auch im anderen wissenschaftlichen Bereich. Kann eine praktische Sache sein. Damit Texte zu erstellen, ist nicht so einfach auf den ersten Blick. Man muss sich damit erstmal ein bisschen auseinandersetzen. Muss da auch wirklich ein bisschen Zeit reinfließen lassen, damit man das so grundsätzlich versteht. Also man arbeitet nicht so mit LibreOffice, wo man sagt, ja, das ist jetzt ein Absatz, der jetzt fett geschrieben werden soll. Und hier möchte ich nochmal was Kursives und so. Man programmiert das letztendlich so ein bisschen. Man gibt halt vor, wie man es quasi haben möchte. Das geht so in Richtung von HTML, ist aber komplexer. Und hinterher kompiliert man das Ganze. Also es wird quasi wirklich kompiliert von diesem Quelltext, der so aussieht, zu einem PDF. Und Tech sorgt dafür, dass das auch sehr gefällig aussieht. Und das Ganze ist auch sehr stabil. Wenn ihr sehr umfangreiche Werke damit erstellen wollt, dann braucht ihr keine Angst zu haben, dass das irgendwie abstürzt oder kaputt geht. Das ist sowas, was man wirklich nimmt, wenn man einen größeren Umfang an Seiten hat und sich nicht mit so einer normalen Textverarbeitung und denen teilweise Grausamkeiten mit rumschlagen möchte. Mit Tech habe ich auch meine Diplomarbeit geschrieben oder eben auch vieles von der M23-Dokumentation wird mit Tech gemacht, weil es halt irgendwie nett aussieht und weil es wirklich sehr stabil ist. Wenn ihr euch mit Tech auseinandersetzen möchtet, dann solltet ihr euch das auf jeden Fall mal angucken. Und wenn euch TDE soweit gefallen hat, dann solltet ihr auch Keil eine Chance geben. Da sind viele Sachen, die einfach das Leben einfacher machen. Wenn ich jetzt hier sage, Section wäre so ein Absatz, so ein Abschnitt, heißt einfach mal Test. Und dann möchte ich Fettdruck, kann ich das Ganze markieren und hier oben auf das B klicken und dann werden jetzt hier diese Parameter für Fettdruck da eingefügt. Kann ich das Ganze auch noch speichern, kombinieren und habe hinterher meinen PDF. Ja, aber wie gesagt, das dauert, bis man sich da so ein bisschen eingefuchst hat. Aber es lohnt sich für größere Projekte auf jeden Fall. So, nachdem Keil und Tech doch sehr speziell sind, was, was eher mehr Leute gebrauchen können. Das ist Gwenview, ein Bildbetrachter. Die Icons bauen sich irgendwie hier in meiner virtuellen Maschine nicht richtig auf. Also gehe ich da einfach kurz mit der Maus drüber. Und ich habe hier so einzelne Bereiche. Ich kann jetzt mir ein Verzeichnis hier aussuchen. Ich kann das aber auch dort aussuchen. Hier in diesem Bereich finde ich die Vorschau. Dort habe ich meinen Verzeichnisbaum und hier unten wird mir denn das Bild angezeigt. Ich kann jetzt da hin und her springen. Aktuell bin ich in meinem eigenen Verzeichnis, was meinem Benutzer, in diesem Fall Test, gehört. Und wenn ich jetzt hier mit aufwärts gehe, hangele ich mich in dem Verzeichnisbaum einfach weiter nach oben. Unter Opt, Trinity, Scherm und Wallpapers sind denn die Hintergrundbilder. Und da habe ich einmal rechts so eine kleine Vorschau mit den einzelnen Bildern. Da kann ich jetzt die Ansicht auch noch ein bisschen ändern. Ich kann auch noch sagen, diese Vorschau-Bilder, die sollen etwas größer werden. Dann kann ich da schnell durchblättern. Wenn mir eins gefällt, kann ich draufklicken und dann habe ich das links. Ich kann allerdings auch diese einzelnen Bereiche hier anpassen. Also diesen Verzeichnisbaum, den brauche ich eigentlich nicht wirklich. Ich kann jetzt hier sagen, weg damit. Dann ist der schon mal weg. Und dann habe ich hier links mein Fenster, was mir das Bild wirklich anzeigt. Dann kann ich mir das Ganze auch noch im Vollbild-Modus ansehen. Dann gehe ich hier einfach oben drauf. Und dann kann ich mit der Leertaste durch die einzelnen Bilder durchgehen. Wenn ich jetzt in dem Verzeichnis was anderes drin habe, sieht es nicht nach dem Bild aus. Aber da kommt ein Bild, da keins. Da kommt eins, zwei. Genau. Und wenn ich wieder Escape drücke, dann bin ich wieder zurück in meiner Ansicht. Aber ja, das habe ich so noch nicht gesehen, dass es in der VM irgendwie anders ist, dass die Icons kaputt sind. Bei mir ist das nicht so. Genau. Das ist eben der Gwenview Bildbetrachter. Eine andere praktische Sache ist mein Crusader, den ich auch immer sehr gerne benutze. Das ist ein Zwei-Spalten-Datei-Manager. Falls ihr von ganz, ganz früher vielleicht noch den Norton-Commander kennt oder einen von diesen diversen Klonen, werdet ihr euch grob dort zurechtfinden. Oder Total-Commander gibt es für Windows verschiedene Versionen. Das ist eben so ein Zwei-Spalten-Datei-Manager. Wenn ich den Crusader noch nicht eingerichtet habe, dann werde ich am Anfang erst mal alles Mögliche gefragt. Ich kann das ändern. Aber jetzt hier zum Zeigen reicht mir das eigentlich. Denn ich habe hier jetzt meine Zwei-Spalten-Ansicht, also mit zwei Verzeichnissen. Ich starte in meinem eigenen Home-Verzeichnis. Aber ich kann jetzt entweder mit der Maus irgendwo hinklicken auf die Punkte, dann komme ich eine Ebene nach oben. Oder wenn ich auf den Verzeichnisnamen klicke, dann komme ich eine Ebene weiter runter. Hier unten habe ich noch verschiedene Funktionstasten aufgelistet. Wenn ich jetzt F2 drücke, bekomme ich im aktuellen Verzeichnis, also in diesem Fall in meinem Home-Verzeichnis, gekennzeichnet durch die Tilde, eine neue Shell geöffnet. Kann damit machen, was ich denn auch immer möchte. Wenn ich jetzt ein anderes Verzeichnis habe, hier, da habe ich mein Test-Skript drin, da dann F2 drücke, dann bin ich unter dem Dokumente-Ordner. Ich kann mir auch direkt Dinge anzeigen lassen. Dann gehe ich auf den Namen von der jeweiligen Datei und drücke F3. Dann wird das Ganze mir angezeigt. Ich kann, wenn ich hier rumtippe, kann ich es nicht editieren. Es ist eben wirklich bloß eine Anzeige, nur zum Sehen. Wenn ich jetzt hingegen F4 drücke, kann ich das Ganze auch bearbeiten. Das sieht wieder so ein bisschen aus wie Cade. Teilt auch Funktionen mit Cade, ist aber ein bisschen primitiver vom Editor, aber für einfaches Editieren funktioniert das eben auch ganz gut. Neben Editieren und Anschauen kann ich allerdings auch Dateien umbenennen. mit F9, Test 2 zum Beispiel, neuen Namen eingeben, Enter drücken. Ich kann auch Dateien verschieben, von einem Verzeichnis ins andere. Ich kann natürlich auch Dateien löschen. Das kann ich mit F8 machen oder mit Entfernen. Oder ich kann auch neue Verzeichnisse anlegen und dort zum Beispiel was reinverschieben mit F6 und da jetzt ist die Datei dort drin. Das kann ich alles machen und da steht eben hier unten, welche Tasten dafür zuständig sind. Ihr könnt das auch hier unten anklicken. Allerdings schneller ist es, wenn ihr das über die Funktionstasten macht. Neben dem Zugriff auf lokale Dateien und Verzeichnisse, könnt ihr auch über das jeweilige Protokoll, zum Beispiel SFTP, dann Hostnamen, also keine Ahnung, Server innerhalb von eurem Netzwerk, Verzeichnis und dann könntet ihr da reingucken. Für Systeme, die kein SFTP haben, gibt es Phish. Das ist eine andere Variante, die eben geht, weil man bloß einen SSH-Server dort hat und Local Host wäre ich quasi selbst. Gebe ich so ein, drücke Enter. Jetzt muss ich ein Passwort für den Benutzer, also ich bin als Test angemeldet, ich habe keinen anderen angegeben, also wird erstmal Test auch angenommen für meine Zielverbindung. So und jetzt verbinde ich mich damit und jetzt kann ich wiederum auf meinen Verzeichnisbaum dieses Mal allerdings über das interne Netzwerk wiederum zugreifen. Aber wie gesagt, geht auch mit anderen Systemen. Und ihr könnt auch solche Sachen machen hier wie SMB, Zugriff auf Samba oder NFS gilt glaube ich auch. Also da gibt es verschiedene Varianten, was ihr dort machen könnt. Und dann haben wir hier noch so ein Icon zum Anzeigen von verfügbaren Geräten. Wenn ihr jetzt irgendwelche zusätzlichen USB-Sticks drin habt oder hier ist noch diese Gasterweiterungs-CD von VirtualBox drin, dann könnt ihr damit mit so einem Klick auch auf das jeweilige Laufwerk zugreifen. Crusader ist ja eine praktische Sache, wenn man einzelne Dateien umbenennen möchte. Das geht über F9. Wenn ich jetzt aber mehrere Dateien habe, die ich automatisch umbenennen möchte. Ich mache mir jetzt hier einfach mal ein paar Kopien von der Test. T2 PHP und wenn noch mal eine dritte. Wenn ich die jetzt alle umbenennen möchte nach einem anderen Schema, dann kann ich die hier markieren, einfach über Einfügen und sage jetzt hier Umschalttaste und F9. Also nicht F9 für Einzelnes umbenennen, sondern halt umbenennen für viele mit. Ja, und wenn man es zu lange drückt, dann bekommt man hier auch noch Zusatzmöglichkeit, falls man nicht so gut mit den Tasten umgehen kann. Ja, für Behinderte, denke ich mal, ist es gedacht. Dann gibt es auch noch diese TDE-Zugangshilfen. Möchte ich jetzt nicht. Abbrechen. Genau, so. Umschalttaste, F9 drücken und dann öffnet sich hier Car Rename. Damit habe ich jetzt diese drei Dateien, die ich markiert habe, hier drin. Und jetzt kann ich dort verschiedene Dinge mitmachen. Wenn ich jetzt einfach möchte, dass die durchbenannt werden, kann ich jetzt Raute machen. Raute ist einfach fortlaufende Nummer. Wenn ich jetzt eine zweistellige Nummer einmal haben möchte, mache ich zwei Rauten oder drei für drei. Da kann ich noch dazuschreiben. Test. Und so kann ich Dinge halt umbenennen. Es gibt allerdings auch viele andere Möglichkeiten, was ich noch damit machen kann. Ich kann zum Beispiel hier Bereiche mit diesen eckigen Klammern angeben. Wenn ich jetzt den ersten und den zweiten Buchstaben erhalten möchte, dann sage ich hier jetzt Buchstabe 1 bis Buchstabe 2. Und da kann ich jetzt hier auch noch eine fortlaufende Nummer machen oder vielleicht noch ein Minus dazwischen. Und da kann ich halt sehr vieles mitmachen. Ich kann jetzt auch noch suchen, ersetzen machen. Wenn ich jetzt aus den T's immer ein X machen möchte, schreibe ich das hier hin. Suchen, ersetzen durch, hinzufügen. Okay. Und jetzt wird mir aus jedem T noch ein X gemacht. Und wenn ich damit zufrieden bin, wie diese Vorschau hier aussieht, dann sage ich einfach bloß noch abschließen. Das mache ich jetzt auch mal. Dann wird das eben angewendet. Einmal schließen. Und jetzt habe ich hier meine unbenannten Dateien. Praktische Sache. Eine andere praktische Anwendung, die ich auch schon mal so vorgeführt habe, ist hier das Terminal-Programm, die Konsole mit K. Die kann ich natürlich TDE-typisch auch weit konfigurieren. Ich kann mir hier die Schriftart auswählen. Ich kann die Schrift vergrößern. Ich kann auch vorgeben, dass ich ein anderes Farbschema haben möchte. Zum Beispiel Grün auf Schwarz. Wer es so ein bisschen altertümlicher haben möchte. Und bei dem Ganzen, wenn ich jetzt hier mir einfach mal was ausgeben lasse, also mein Verzeichnis anzeigen lasse, kann ich auch hier hinklicken, zum Beispiel auf Schreibtisch. Und wenn ich jetzt einen Doppelklick mache, ist das Wort auch eben ausgewählt. Und mit der mittleren Maustaste, beziehungsweise dem Scrollrad, wenn ich da drauf drücke, dann kann ich das Ganze auch wieder einfügen. Ich kann allerdings auch, wenn ich jetzt nochmal so einen Doppelklick schnell hintereinander mache, dann wird nicht bloß das eine Wort hier ausgewählt, sondern die ganze Zeile. Wenn ich jetzt schon relativ lange mit dieser Konsole gearbeitet habe, in einer längeren Sitzung, und mir diese Ergebnisse, was da rausgekommen ist, nochmal abspeichern möchte. Ich mache jetzt einfach mal hier so einen Find und das listet Dateien und Verzeichnisse innerhalb von meinem System auf. Und dann habe ich hier sehr viele Einträge. Die Konsole speichert standardmäßig halt 1000 Einträge, also 1000 Zeilen. Ich kann das allerdings auch ändern, indem ich hier sage, Einstellung Verlauf speicher und nicht Anzahl der Zeilen auf 1000, sondern unbegrenzt mache. Dann geht nichts mehr verloren. Ich kann jetzt diese ganze Ausgabe auch einmal speichern, über Bearbeiten, Verlauf speicher, speichern unter. Und das Ganze einmal speichern. Und dann habe ich so eine Textdatei, in der das ganze Zeug, was hier so auf dem Bildschirm letztendlich gestanden hat, auch drinsteht. So, und wenn ich dann nochmal gucke, da Verlauf in der Datei, da steht das auch wirklich alles drin. Da kann ich das Ganze nochmal dokumentieren. Und dort stehen eben auch nicht nur die Befehle, die ich selbst eingegeben habe, drin, sondern auch die Ausgaben von den jeweiligen Programmen. Jetzt habe ich so ein paar Programme gezeigt und so ein paar Funktionen, die ich so tagtäglich benutze und ein paar Sachen eben auch eben nicht so häufig. Darum musste ich zum Teil auch nochmal ein bisschen suchen, weil da stelle ich einmal ein und dann bleibt es in meinem System halt drin. Ja, ewig quasi. Von daher einmal eingestellt und wieder vergessen. Man kann das ganze TDE-System sehr gut konfigurieren. Man kann da zum Beispiel festlegen, wie Dateizuordnungen mit Programmen verknüpft werden sollen. Ich kann jetzt in dem Kontrollzentrum, dem Trinity-Kontrollzentrum zum Beispiel festlegen, dass ich, ja, MKV-Dateien mit dem MPV-Player abspielen möchte. Ich kann allerdings auch Desktop-Themen wählen, sodass das Ganze optisch ein bisschen anders ist. Und ich kann auch konfigurieren, wie mit eingelegten Medien umgegangen werden soll. Das schauen wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer an. Also, dafür haben wir das Kontrollzentrum. Das steht hier unten drin. Man kann entweder in die einzelnen Kategorien gehen oder quasi die Hauptanwendung öffnen. Dann haben wir hier auf der linken Seite so einen, ja, so einen Baum kann man wiederum ausklappen. Dort gibt es, ja, verschiedene Designs mit Vorschaubildern, mit hohem Kontrast, mit wenig Kontrast. Ja, wenn man das Ganze jetzt einmal anwendet, dann dauert das ein bisschen und dann sieht das eben auch anders aus. Dann gibt es hier sowas. Ja, dann sieht das wieder ein bisschen anders aus. Man kann natürlich auch sowas hier nehmen, wenn man es denn mag. Und dann, ja, wird das so ein bisschen angepasst mit den Farben und mit diesen Buttons. Die sehen dann halt anders aus. So, aber... Und auch die Statusanzeigen. Also, da ändert sich relativ viel an diesem Thema. Man kann hier auch verschiedene Farbkonfigurationen. Da gibt es halt, ja, vordefinierte. Mehr oder weniger hübsch, muss man wissen, was man mag. Ich lasse das erstmal so, wie es ist. Verwerfen. Dann kann man auch noch einstellen, wie... Ja, wie die Fensterdekoration sein soll. Ja. Und wie die Knöpfe sein sollen. Und man kann da sehr viel rumkonfigurieren, wie man das gerne haben möchte. Man kann viel Zeit damit verbringen. Muss man wissen, ob einem die Zeit halt wert ist oder nicht. So, dann zu eher was praktischeren. Die Datei-Zuordnung. Man kann hier oben ein Stichwort eingeben. Und dann bekommt man hier drunter halt Passer. Datei-Zuordnung ist ein passendes Stichwort. Und dann gibt es hier unten die verschiedenen Kategorien. Es ist zweimal dasselbe, warum auch immer. In der man das Ganze einstellen kann. Jetzt kann ich hier gucken nach verschiedenen Audio-Typen. AC3 zum Beispiel ist überhaupt kein Player hinterlegt, weil ich noch nicht so viel drauf habe. Aber wenn ich jetzt hier nach mkv suche, dann gibt es hier schon mal einen Eintrag für, dass es so eine Matroschka-Datei ist. Aber es gibt eben auch noch keinen Player, der damit irgendwie verknüpft wäre. Müsste ich erstmal überhaupt einen installieren. Wenn ich jetzt einen VLC installiere und vielleicht so einen Xine und so einen MPV, dann würden die hier alle drin stehen. Und dann kann ich über Prioritäten festlegen, ich möchte das aber standardmäßig jetzt nicht mit VLC, sondern mit MPV öffnen. Oder wenn ich jetzt noch einen Video-Editor drin habe, da mogelt sich vielleicht auch da mit rein in diese Liste, sodass denn das Programm, was an der ersten Stelle steht, automatisch beim Druck auf Enter oder Doppelklick auf diese Datei, denn diese Datei damit öffnet. Das kann manchmal eine gute Wahl sein, die die Hersteller halt von den einzelnen Programmen haben. Oder das kann auch so sein, dass da Sachen vorne sind, die ich nun nicht gerne hätte. Zum Beispiel Audacity mogelt sich immer ganz gerne nach vorne, wenn ich jetzt einen MP3 da rumliegen habe, das dann öffnen will. Eigentlich möchte ich es ja bloß hören, aber Audacity ist eben auf Platz 1. Dann wird es gleich halt mit einem Audio-Editor geöffnet, obwohl ich es ja eigentlich bloß hören will. Und über diese Variante hier mit den Dateizuordnungen kann ich eben die Priorität ändern. Oder eben mit einem Video-Editor, der sich dort in die Liste gemogelt hat und auf Platz 1 gesetzt hat, kann ich dann sagen, naja, ich möchte hier diese MKV-Dateien lieber sehen, als standardmäßig mit einem Video-Editor öffnen. Das kann ich hierüber halt machen. Eine andere praktische Sache, die ich auch immer gerne benutze, um ja auch wiederum um Backups anzulegen, ist, dass eingelegte USB-Sticks dazu führen, dass eine Aktion ausgelöst wird, sodass ich dann gleich auf dem eingelegten USB-Stick ein Backup machen kann. Das Ganze funktioniert so, dass ich wiederum hier in das Kontrollzentrum gehe und hier nach Speichermedien, Speichermedien, und jetzt habe ich so eine Liste mit verschiedenen Typen, wo schon was konfiguriert ist, zum Beispiel hier für eine Daten-CD mit K3B erstellen, wenn ich eine leere CD in meinen CD-ROM-Laufwerk oder vielmehr in meinen CD-Brenner einlege, dann wäre eine Möglichkeit, dass ich K3B, das Brennprogramm, damit automatisch starte. Oder wenn ich was mit Lux-Verschlüsseltes reinschiebe, dann bekomme ich so einen Dialog, um diese Verschlüsselung zu öffnen. Ich kann allerdings auch zusätzlich hier sagen, ich möchte für ein nicht eingebundenes Wechsellaufwerk, das ist zum Beispiel ein USB-Stick, USB-Stick-Backup, nenne ich das Ganze, damit ich es halt finde. Und dann kann ich hier angeben, womit ich das Ganze öffnen möchte. Also Conqueror ist dieser Dateimanager, dieser Webbrowser von Trinity. Und ich kann auch was anderes nehmen, wenn ich jetzt hier mache, bin mein Backup-Script.sh, dann würde dort, wenn ich das auswähle, nachdem ich den USB-Stick eingeschoben habe, würde dieses Backup-Script laufen und als Parameter würde jetzt auch der Mount-Punkt von diesem USB-Stick dort stehen. Also das Skript würde als Parameter den Mount-Punkt mitbekommen und dann könnte ich das Backup laufen lassen. Dann habe ich das hier in der Liste drin und das ist eben auch so eine Arbeitserleichterung. Dann poppt hier unten so ein kleines Icon auf und dann kann ich eben auswählen, was ich damit machen möchte. Ja, finde ich auch sehr praktisch. Dann gibt es auch noch hier Netzwerkeinstellungen. Das ist letztendlich eine kleine Oberfläche für den Network Manager. Die virtuelle Maschine ist anders verwaltet, darum ist ja auch so dieses Kreuz. Aber ich kann hier auch sagen, ich kann neue Verbindungen erstellen und manuell eine IP-Adresse vergeben. Ich kann DHCP darüber machen. Ich kann auch WLAN-Verbindungen darüber konfigurieren. Ist eben die Variante von TDE für den Network Manager eine Oberfläche dafür, so wie viele andere Desktops sowas eben auch haben. Ja, so einfach so unspektakulär. Gibt es wahrscheinlich unter anderem Desktops auch. Ich kenne mich da nicht wirklich aus, ob es das auch so gibt. Aber unter TDE kann man eben Fenster sehr genau konfigurieren. Wenn ich mir jetzt wiederum meine K2-Sitzung hier nehme, habe ich einmal so das normale Fenster, was ich so verschieben kann. Wenn ich jetzt hier auf dieses Icon klicke, dann kriege ich ein zusätzliches Menü. Und dort finde ich unter Erweitert wiederum die ist immer im Vordergrund. Das hatten wir schon bei den Haftnotizen. Oder ich kann auch sagen, dass keine Umrandung, also die Fenster-Dekoration soll weg sein. Das mache ich einmal. Und wie hier auch steht, Alt F3. Damit komme ich dort wieder hin. Wenn ich jetzt Alt F3 drücke, weil hier oben ist das Icon jetzt ja weg, dann habe ich wiederum dieses Menü. Und jetzt kann ich das wieder abhaken. Und jetzt habe ich es wieder da. Ich kann jetzt allerdings auch hier drauf gehen und wiederum Erweitert Spezielle Einstellungen für dieses Fenster oder für dieses Programm. Da kann ich jetzt für quasi für Kate als Programm, also allgemein festlegen, wie sich das Fenster verhalten soll. Oder ich kann jetzt für dieses spezielle Fenster, was ich jetzt vor mir habe, Einstellungen machen. Wenn ich da drauf gehe, kann ich einmal hier sagen, wie die Position sein soll. Ich kann jetzt sagen Erzwingen. Dann wird die Position einfach festgenagelt. Also ist einmal runtergeflutscht zu dem Punkt und wenn ich jetzt klicke und ziehe, geht da nichts. Also das ist jetzt wirklich festgenagelt. Ich kann es auch noch einrollen mit einem Doppelklick. Ich kann auch noch die Größe ändern. Aber ich bekomme da das Fenster nicht verschoben. Wenn ich jetzt wieder drauf gehe und für dieses Fenster das einstelle, das wiederum wegnehme, dann lässt sich das Ganze auch wieder nochmal verschieben. Ich kann auch viele weitere Dinge damit einstellen für dieses Fenster. Ich kann die Position, die Größe kann ich fest einstellen. Ich kann auch sagen, dass es waagerecht und senkrecht maximiert werden soll. Ich kann ein Vollbild damit machen und so weiter und so fort. Und dann habe ich noch persönliche Einstellungen in meinem Vordergrund, Hintergrund halten. Ohne Umrandung ist vielleicht praktisch für Remote Desktop. Dafür benutze ich das. Da kann ich dann sagen, hier ohne Umrandung, dann bin ich die Fensterdekoration von diesem Remote Desktop Fenster schon mal los. und dann sage ich hier auch noch waagerecht und senkrecht maximieren und dann füllt das eben den freien Platz aus, den ich zur Verfügung habe. Das Einzige, was denn noch da ist, ist eben diese Zeile hier mit dem Menü und mit meinem geöffneten Fenster, dem Menüprogramm und so weiter. Das wird nicht überdeckt, weil hier waagerecht und senkrecht maximiert, aber der Rest halt eben. Und wenn ich jetzt hier noch, ich mache das einmal so, dann habe ich hier quasi den ganzen Bildschirm mit meinem Remote Desktop ausgefüllt und habe das Maximum an Arbeitsplatz gewonnen, was da so geht. Wieder Alt F3 und aus. Aus. Okay. Gut. Das ist vielleicht so eine Spezialität von TDE, dass man das sehr genau einstellen kann. Und vor allem TDE merkt sich das Ganze auch im Hintergrund, sodass, wenn man das Fenster jetzt schließt und wenn man das Programm jetzt nochmal wieder neu startet, dann sind diese Einstellungen mit dem Fensterverhalten auch wieder da, wenn man das Ganze jetzt auf Erzwingen gesetzt hat. Und in dem TDE-Kontrollzentrum kann man das Ganze auch noch sich wiederum angucken, wo, ja, also wenn da schon irgendwelche Einstellungen gesetzt sind, da gucke ich denn fensterspezifische Einstellungen, da ist es schon und da unten und da sind schon so ein paar Standards gesetzt, die habe ich alle nicht eingetragen und dort steht zum Beispiel drin, dass für, ja, System, Model, Dialog, Class, also modal sind Dialoge, die die komplette Aufmerksamkeit des Benutzers auf sich ziehen, die kriegt man auch nicht weggeklickt, bis, ja, bis man den Dialog halt beendet hat und da stehen halt solche Sachen drin. Und wenn ich jetzt eigene Einstellungen gemacht hätte für meine eigenen Fenster, dann würden die hier drin auftauchen, dann kann ich die auch hinterher löschen oder kann die ändern und sonst was damit. Ja, das mit Alt und F3 habe ich euch ja schon gezeigt, das solltet ihr euch wirklich merken. Als Tastenkombination, wenn ihr erstmal die Umrandung weg gemacht habt, dann kommt ihr dann nicht so einfach mehr hin. Praktisch ist auch noch Alt F2, das gibt es bei anderen Desktops auch, damit könnt ihr Programme starten oder auch direkt so einen minimalen Taschenrechner habt ihr dann auch. Dann STG Alt und L, also nicht mit Windows-Taste, sondern STG Alt und L, sperrt den Bildschirm und STG und Escape zeigt euch laufende Prozesse an. Das Ganze jetzt auch nochmal in, ja, quasi bunt. So, Alt F2, da kriege ich hier so eine, ja, relativ schlicht Befehle ausführen. Ich habe hier schon einmal Crusader mit gestartet, darum steht das hier in der Liste drin. Ich kann allerdings hier auch sagen, dass nicht nur das, was ich schon mal eingegeben habe, drinsteht, sondern auch Autovervollständigung für vorhandene Programme. Also wenn ich jetzt sage, GWENU, dann habe ich dort das schon mal drin. Aber das ist eine einfache Sache, mit der man mit wenigen Tasten drücken einfach mal was starten kann. Oder KI, KL oder was ich auch sagte, man kann damit auch ganz billig rechnen, einfach die Aufgabe eingeben und dann wird einem das auch ausgerechnet. Finde ich auch immer wieder ganz praktisch für kleine Sachen. Wunderbar. Und STLG und ESCAPE öffnet mir so eine Prozessliste mit, ja, eben den laufenden Prozessen, was da alles so draufläuft in meiner virtuellen Maschine. Und ich kann eben auch sortieren nach Auslastung, entweder nach Nutzerauslastung, ja, was gerade am meisten CPU benötigt, oder auch beim System, was da eben auch am meisten braucht. Oder was am meisten Speicher zieht, nach Benutzer sortieren und so weiter. Und wenn das ein Programm ist, was mir gehört, ich bin ja der Benutzer Test, also ich bin nicht Root, ich darf eben bloß Programme beenden, die mir selbst gehören, kann ich mir auch was aussuchen und dann sagen hier Beenden Kill. Und dann wird das Programm halt auch beendet. Ja, das war es letztendlich schon mit, ja, dem, was ich so zeigen wollte. Ihr könnt TDE selbst relativ einfach ausprobieren. Da gibt es dieses Q4 OS, da wo es so blinkt, da ist ein Link hinter. Q4 OS könnt ihr auf relativ betagten 32-Bit-CPUs, die ihr vielleicht noch irgendwo rumliegen habt, installieren oder eben auch auf aktuellen Systemen mit 64-Bit. In der Dokumentation von Trinity steht drin, dass CPUs mit 300 MHz schon ausreichen sollen und zwar mit 256 MB RAM. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gut hinkommt, denn Debian installiert ja doch schon ein bisschen mehr, was auch wieder ein bisschen mehr Speicher braucht und so weiter. Keine Ahnung, probiert es einfach mal aus, ob es klappt, wenn euch das interessiert. und man kann das Ganze auch auf einem Raspberry Pi installieren. Ab Version 2, der ja auch schon ein paar Jahre alt ist, dazu habe ich auch schon mal ein kleines Video gemacht, wobei ich das Ganze auf dem, ja, hier Pi 400, also dieser mit integrierter Tastatur und so weiter, diese, ja, ist eine andere Serie, aber letztendlich sowas ähnliches, habe ich auch schon mal gemacht. Oder, falls ihr das quasi nachkochen wollt, habe ich dazu auch noch mal ein Video. Dort installiere ich auf einem Debian 11, was ich hier jetzt auch in der virtuellen Maschine habe, das TDE nach, denn TDE selbst ist nicht Bestandteil von Debian. Da muss man eben zusätzliche Paketquellen einbinden und kann diese Pakete einfach installieren. Das ist nicht großartig schwierig. Guckt euch das mal an, bastelt das nach, was ich dort gemacht habe. Das war es letztendlich auch schon. Was ich so ein bisschen euch zeigen wollte, das sind Dinge, die ich überwiegend selbst benutze in der Art und Weise. Es gibt bestimmt noch sehr, sehr viel bei TDE zu entdecken. Das kann ich jetzt so nicht leisten in diesem Video, aber jede Woche werde ich versuchen, weitere Videos zu produzieren, zu allen möglichen Dingen, die mir so begegnen, womit ich mich halt beruflich oder privat auseinandersetze. Das können kurze Dinge sein, das können interessante Kleinigkeiten sein, das können aber auch komplizierte Problemlösungen sein, an denen ich mich versucht und die ich auch irgendwie gelöst habe. Das ist eine ganze Menge, was es so in diesem Kanal gibt. Das ist eine bunte Mischung aus verschiedenem Zeugs. Wenn euch das prinzipiell interessiert, abonniert einfach, schaut mal wieder vorbei und bis dann.